Ich bin fertig. Jo. Achso, bitte schon mit dem Flugschrauber, genau. Ja, ich dachte, können wir gleich mal benutzen. Hast du denn unseren Kumpel da mitgenommen? Ja, der ist mein Beifahrer, quasi. Achso. Ah, das hat was. Das gefällt mir. Jo, sieht cool aus. Das muss man dann den Traumkläck gespielt schon wieder lassen, ne? Also was sowas angeht, haben sie es drauf. Ah, hier könnte man sich bestimmt wirklich viel anschauen. Oh, es gibt sogar normale Flugzeuge. Alter, ich kann sogar von hier oben wen abballern, das war lustig. Fragt sich, ob das so spaßig ist, so wie er schwankt. Äh, ja, und dazu musst du natürlich aus der Höhe hier Glieste kiten, aber ist gut zu wissen, dass das geht. Mach jetzt einfach mal, ich schicke uns nicht ins Verderben. Ne, das ist quasi unsere... Oh! Oh, gut. Hä? Oh, da! Schöne Wappenkiste, denn zeig mal. Ah, hervorragend. Der Sniper. Oh! Das wurde Zeit. Haben wir hier sogar... ...ganz hervorragend direkt die Kiste zum Modden. Sniper, her damit. Sofort. Keine... ...Zieloptik. Äh, wir haben noch keine schöne Zieloptik. Äh, nein! Sorry. Bist du... ...bist du auch in einer Sequenz drin? Nein. Sie sind gerade am Waffenboden. Ja, gut, ist okay, dann. Ich hab die ausgelöst gerade, weil ich auch an die Tour wollte, wo du dran bist. Achso, ich hab jetzt... ...ja, ich hab's auch sicher angedrückt, jetzt habe ich so. Aber ihre Methoden waren nicht... ...wann nicht... Waren ihre Namen Yuri und Polito? Si... ...Juri und Polito. Diese sind die Fakten, die Ricky Sandoval torturten, während Swainio ihn gefragt hat. Ich will sie schlecht. Wir sahen nur Run-of-the-mill-Sicarios, wenn wir Amaru freien. Aber ich habe Yuri und Polito in mindestens drei Tagen gesehen. Vielleicht vier. Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Wir brauchen mehr Intelligenz. Wir suchen jede Stadt im Camp, bis wir etwas finden. Niemand muss etwas wissen. Götter Dokumenten und Faktoren. Ja. Moderne Frau halt. Gott sei Dank habe ich Englisch. Die Englische Stimme ist cool. Also die... ...von Charakter, den ich habe. Ich weiß nicht, ob da einer ein unterschiedlicher hat. Jetzt müssen sie aber auch an die Piste ran. Hm. Okay. Maschinenpistole, Sturmgewehr. Ich bin jetzt zufrieden. Ich habe einen Sniper ausgerüstet. Ja, die will ich auch ausgerüstet. Auch wenn das Visier jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Handhabbarkeit. Einfach nur, wie schnell du hin und her gucken könntest bestimmt. Ja, scheiß, ne? Whatever, sage ich mal. Ja. Willst du 20 Euro? Wir müssen uns auf der Hälfte arbeiten. Die ersten Projekte sind sehr gut. Ah, stabiles Ziel brauchst du also für Sniper wahrscheinlich. Aha. Haben wir keine Ration für. Dann nehmen wir halt den Scheiß. Meinetwegen. Ja. Blitzweise. Oh. Hä? Und ändern. Okay. Was kann man hier noch ändern? Farbwahl. Ja, die Karte scheint gut groß zu sein. Gott sei Dank. Also das hier ist die Region, in der wir sind nicht mal ein Viertel. Alter, der hat einen guten Zug. Was? Trinkt da gerade was, oder? Ne, der Wagen. Ach so. Das, was er ist. Okay, ich geh jetzt einfach auf das Weiße zurück. Das sah cool aus und fertig. Okay, das werd ich hier alles rausziehen. Das kriegen die Leute, glaub ich, bei mir auf dem Kanal noch einen Truppsosanfall oder so. Teile. Ausgewählt. Reib automatisch. Stand. Hot. Alles klar. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Schon mit der Sniper in den Kopf. Sitzen im Kofferraum. Ja, warte, geht gleich los Ich will jetzt hier kurz noch was gucken Kimme und Korn Ah, alles klar Okay Okay, warum müssen wir eigentlich Wahrscheinlich sollen wir die wichtigen Aufklärungsdaten holen Oder so Ja Warte mal, ist hier auch irgendwo dieser Cursor, wo man hin muss oder Ich habe jetzt was markiert Das ist auf jeden Fall irgendeine wichtige Information Entschuldigung, ein wenig holperig Ja, das sieht gut aus Du kannst auf jeden Fall mit deiner Sprint-Taste noch Äh, quasi Turbo benutzen Ja, ich komme so nicht mit der Geschwindigkeit von dem Steuern hinterher, lass mal Ich bin der Meinung, man fährt hier einen Bogen Hoffe ich Oh, das war eine Steinhauer Tut mir leid Oh Shit Okay, man hätte noch ein bisschen weiter umrunden müssen, aber gut So ein schöner Wanderweg Hast du einen anderen Marker als ich? Nee, ich fahre gerade drauf zu, ne? 1,5 Kilometer Äh, wo sehe ich die Distanz? Die steht genau drüber über dem Marker Ah, ich verstehe, das Navi spackt rum, weil ich im Kofferraum sitze Äh, das Navi denkt quasi, wir fahren in eine andere Richtung bei mir So Daran liegt das Oh, äh, dauert das noch eine halbe Stunde Oh, äh, warte Ja, wir machen das mit dem Fahren noch ansehnlicher irgendwann Nee, jetzt bin ich doch falsch gefahren, ne? Oh, Alter Ne, viele Wege führen nach oben, ne? Ja, ja Aber Ungefähr 99,99% davon machen unser Auto kaputt, wahrscheinlich Man macht ja nichts, gibt ja überall neue Aber wir machen das noch, äh Wir machen das noch besser irgendwann mit dem Fahren Ich will hier eigentlich vorsichtig sein, weil dieser alten indianischen Frau Wenn wir das Auto natürlich eigentlich wiedergeben Weil wir ja gute Menschen sind Oh Ja, oder wir brettan sie um Jesus Okay, das ist das Rote? Wahrscheinlich ein Gegner Gehe ich von aus? Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie sich aussuchen muss, dann vielleicht zu Fuß weiter zu gehen Irgendwann Vorne wird auf jeden Fall ein Auto Jetzt sind wir wieder am Startpunkt Ne Ach, keine Ahnung Sind wir nicht Aber da ist ein Auto Auf jeden Fall Jetzt links Eins ist Schneller fährt als 20 Ähm, ich sehe kein Auto Auf der Karte Quasi einfach durch den Zaun Achso Ja, dann mal Dann steigen wir mal aus, ne, oder was? Können wir Oh, er macht's auch noch ordentlich Ne, ich hab nicht am Seitenstreifen geparkt Ne, ich meine, er macht nur ordentlich die Tür auf Achso Ja, die mögen uns nicht Achso, verbotene Ziele getötet Ja, kein Problem Ach, der, der eben vor dir stand quasi Quasi einen Zivilisten abgeknallt Ah, Mann Muss da nicht so Du musst das alles nicht so eng sehen Wo einer stirbt, wird ein neuer geboren Was ist denn so? Ist mir noch In deinem Haus ist noch irgendwas, was wir uns holen können, scheinbar Oh, die halten sogar die Dings hoch schon Die hält noch hoch Was wir jetzt jetzt? Achso, der könnte uns jetzt Missionen noch geben Noch optionale Ja, gut, die haben ja auch gesagt Jeder, ähm Wir suchen jedes Dorf durch Die Rütt schicken wir uns wahrscheinlich hier um Um, schauen Zwei Milliarden Leute geben uns neue Missionen, ne? Oder wir finden hier noch Equipment oder so Oh, 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 oh Wenn du so weitermachst Fährt das Auto aber nicht mehr länger Äh, schneller länger als 20 So ein Teil will ich fahren Was war der denn hinter uns? Ah, den hier Den da Hä? Achso Zack Ich dachte eigentlich, das Auto kommt jetzt Ich dachte, es verfolgt uns Das Spiel sagt ja auch, gejagt Du, Mann, angriff am Arsch Braucht er jetzt auch nicht mehr machen Oh, da, gerade Ja Oh, ja Ach, das Auto können das ab Das geht schon Oh Wow, es wird dunkel Ey, das finde ich auch cool Ich liebe, äh, äh Tageszeiten und Wetterwechsel Also, ich weiß ja Ja Aber Regen wird es mit Sicherheit geben Ich hoffe Auch von mir aus Schnee Ich finde das so geil Bei Dings Ui Nicht in den Fluss Nicht in den Fluss Nicht in den Fluss Ja, ja, ja Okay Wir kommen der Sache näher Ich glaube, wir können aussteigen Oder Ja, vielleicht sollten wir sogar lieber aussteigen Das ist ja Hier in der Theorie Super Stealth Wenn man das möchte Die Drohne is airworn Hä? Das ist dich gefälligst markieren Buena vida Tschüss Den letzten auch noch, du Affe Nein Habe ich nicht Wenn man das jetzt nicht markieren will Die Frage ist bloß Ach, egal Hätte mal gesagt Einfach Drauf halten Einfach ein bisschen probieren Ja, gut Ich war so gerade nicht sicher, ob Alter, aber im Dunkeln siehst du echt nicht viel Also ich habe Probleme Ja Es ist heftig dunkel Oh, hier gibt es noch einen scheiß Oh, das war ein Zivilist Er murgste die ganzen Hauptsache, es gibt keine Minus-EP oder so Oh, der hält ja ganz schön was aus, der Kollege da unten, was? Ah, die liegt aber nur daran, dass ich mal daneben geschossen habe Die mit dem grünen Punkt sind wahrscheinlich die Zivilisten, gehe ich davon aus, ne? Oder unsere Freunde, irgendwie sowas Vielleicht Oh, es scheint Verbündete zu sein Oh, hier kennt man sogar Kriegt man ja in jeder Ecke Munition Äh, was haben die Jungs jetzt für uns hier? Äh Was ist denn jetzt umgekippt? Schwächeanfall Ja, genau Sollen wir jetzt hier, jetzt an verschiedenen Stellen irgendwelche Halunken suchen, oder was? Scheinbar Dokumente mit meinen nächsten Kartellmenschen finden Oh, plus 500 Ach, Fertigkeitspunkte verfügbar Machen wir Und zwar Keinen Schmerz möchte ich haben Ja Danke Wer will das schon? Ja Wenn ich könnte, will ich es gleich nochmal nehmen Das Motorrad nehmen Ich kann ja mit dem Motorrad voll in den Dingspunkt da reinbrettern, wo wir hin sollen Da eigentlich ist das schade, dass man so Das lohnt sich voll, sich hier umzugucken Das sieht so cool aus in den Städten Und Dörfern Das erinnert mich fast an dieses Teil, wo wir da gesoffen haben, wo die Kleinen Mädchen, wo wir den Rob ausgegeben haben Oh, shit Oh, alter Oh, scheiße Das war keine Absicht Äh, was? Doch nicht von hinten Ich bin am Boden Oh, shit Hilfe anfordern Ja Du bist aber außer meiner Reise Der ist im Haus direkt links in der Tür Jetzt springt er aus dem Fenster raus Oh, da komme ich nie hin Jetzt in der Wie komme ich denn da rein? Shit Ich bin hinten offen Oh, ja, super Ich sehe es jetzt Jawohl Jo, das war's Ich bin gerade nach, dass eventuell ein paar Leute aufgestellt Ja, eventuell Minimal Ich hätte es irgendwie Ein bisschen mehr Story erwartet Also, dass man ein bisschen mehr Quasi an Missionen gebunden ist Naja, kommt wahrscheinlich, ne? Ist ja logisch Du kannst ja Du musst ja erstmal hier klarkommen Also, ich finde das eigentlich ganz gut Dass man hier jetzt Sachen macht Man kriegt Aufträge Dann hat man wieder Story zwischendurch Wie das mit dem Typen eben gerade Dass du Videosequenzen hast Das hält Open World, ne? Achso, der hat bei der Ah Alright, I'll drive Der Der speichert also jedes Mal, wenn wir Munition aufnehmen Das ist auf jeden Fall nett Oh Jetzt kannst du Jetzt fährst du in das Wo du eben gestorben bist Oder wo wir beide gestorben sind in das Lager Da bretterst du jetzt voll mit dem Wagen rein Können wir mal machen Wenn wir da reinkommen Die Mauer kennen wir eh nicht Ne Ja, wer weiß Alter, wie schnell haben die denn hier Sprünge in der Scheibe Diese Und nehmen wir doch einfach mal die Akten mit Achso, er macht sich nur ein Foto Der sitzt doch hier noch genauso wie vorher, der Typ Ja, wir wissen jetzt, wo er seine Sportwagen parkt Das ist wichtig Aber geil, wenn ich wüsste, wie man das macht Dieses Robben Ja Von wo Ach da Überall, wo es rot auf der Karte ist Da sitzt irgendwer Hä? Hast du gerade eine Granate geworfen oder was? Ja Ja, von wo? Er hat gerade Wir haben Hilfe gebeten, ne? Glaube ich Weiß ich nicht Kann kein Spanisch Irgendwas mit meine Kinder? Wir sind Gefangene Ach da Ist auch nicht schlecht Ja, könnt ihr jetzt Verpiss euch Okay Sander Blanca greift die Rebellen? Tango, runter Okay Okay, hier sind wieder Akten Irgendein Bibelferd abfotografieren oder was? Fertigkeitspunkte finden Rebellen-Dart-Operationen finden Nachschub Ja, Fertigkeitspunkte finden, ne? Hä? Wie? Ach so Taktik-Karte öffnen Ja Ja, super Oh, Blitz Oh, kannst du gar schnell reisen machen Das ist ganz gut bei Open World Sachen Ah, da Wichtige Informationen Ja Hm Das sind unsere Keulen Sieht ein bisschen edler aus Ich könnte aber auch nur täuschen, weil es Nacht ist Na gut, es sieht doch nicht so edel aus Und das Die Stadt jetzt einfach reingenommen Oh Alter Ne, wir haben hier noch 1,3 Kilometer, ne? Ach so Das ist jetzt der neue Marker Okay, alles klar Ich komm Ah, ne, da hinten ist noch ein roter Punkt Vielleicht können wir die Stadt befreien Ja, dann machen wir das doch Jeder Punkt, den wir jetzt als Neulinge machen, der ist ein guter Punkt Aber wenn du die Leute alle rückwärten, rückwärtsgang umfährst Befreist du die Stadt nicht, sondern befreist du sie von Leben Äh, ich glaub, der ist hier drin Oh Ja, ich mach das Und jetzt war ein Zivilist Ja, ich merk schon was hin Ach so Hier, das ist auch ein nettes Detail Was denn? Fehlt schon ein schönes Geld Und ein Geld Geldzähler läuft durch nebenbei Oh Ja Eigentlich Oh Oh, dann kannst du da Oh Okay Okay Alter Von draußen Ballern die durchs Fenster hier, oder was? Ja, hab ihn geholt Boah, ich bin fast tot gewesen, weil der so schnell geschossen hat Ey Hier, keine anderen Was, wenn sie doch einen Okay Wenn sie doch einen Zivilisten töten, wird ihr Einsatz scheitern Ich bemühe mich Also, kein weiter Oh Taxi Oh, ich sitze heute jetzt mal hinten hier Ah, siehst du, mit Licht fährt sich doch gleich viel besser Oh, cool Oh Ja gut Handling ist nicht ganz so Das wahre Alter Was sind das für Straßen Die Papato Pomodori Nee Jetzt soll ich auf meinem Autodrive zerschlossen Oh Oh, ist hier Oh Oh Ja Okay Ja Also, du hattest definitiv nicht den gleichen Oh Fahrlehrer wie ich Wollte ich gerade sagen I got another Tango Target number three Tango five Ich habe gerade den Eindruck gemacht, als hätten sie sich gesehen Ich denke schon Das sie das haben Okay, man kann einfach auf die Steine klettern Das Tango ist down Okay Oh, ich hätte noch gerne einen besseren Zoom, ne Ja Normales Sniper Scope wäre cool Oh, ich falle zurück Oh, Moment mal Boom Oh Oder auch nicht Junge Oh, fuck Alter Oh, fuck Ich bin down Ich habe nicht aufgepasst Oh, scheiße Okay, das heißt, hier muss man echt eher Stealth-mäßig versuchen, die Leute zu holen Oh, fuck Oh, fuck, Alter Ich war gerade bei dir, ey Scheiße Kannst du mal kurz kundschaften? Ich gehe nochmal schnell pinkeln Hm Okay Okay Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 okay man müsste natürlich die leute irgendwie auch mal mit dem kopf zu schilten können oder ich habe einen kappen das okay das bringt tatsächlich nichts wenn man wenn man irgendwas alleine versucht alles klar ich mache nichts mehr Cuidungs bundet 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 d Das war's für heute. ja dann ich kundschrift es schaffte mal leute aber ja ohne hilfe alter alle auf einem haufen ich habe schon wieder bock doch noch einmal zu probieren schön guck mal in den haufen korps da und die leben noch kann wohl nicht sein die haben uns nicht gesehen kann nicht sein ja ich muss ja muss ich ja noch oh nein scheiße shit motherfucker oh was für dreckschweine okay einer weniger okay es gibt mir wieder die zeit um ihn wieder zu beleben alter schwede da bin ich wieder 3 2 1 und tot ich weiß noch nicht inwiefern das was ändert aber ich belebe dich gerade wieder ich weiß nicht wie tot ich jetzt bin ich weiß nicht was der unterschied ist du bist einfach abgeschossen ich habe das gesagt ich soll erkunden ich habe erkunden ich habe eine menge gegner getötet aber die haben uns aus dem dorf raus verfolgt und dann haben sich leider erschossen weil du dein pimmel übers klo gehalten und sogar wieder tag ja kannst du mal sehen wie lange ich gebraucht habe ja sie ist ja dann wird mit meiner aufnahme hoch ist türe eintreten sehr gerne nachschub nachschub wie von den feilsendern hat der typ denn untersuchen hat schon was also mir macht das jetzt richtig spaß dass du hier nur in so einem open world ding dass du jetzt nicht alle fünf minuten story hast ist mir bewusst aber du arbeitest ja gerade auf story hin also in dem du alle die sachen machst ja oh der hier könnte interessant sein hat eine getlingern our pilot jawohl sir oh ja weiß noch nicht wie gut das wird oder schlecht oder bedient gar nicht nee du musst du bedienen die getlings sieht so aus ja probier doch auch was hast doch Zeit ja ich hätte gerne gegner auf den ich schießen können sie wie darf ich ja nicht mehr töten sagt das spiel vielleicht gibt es irgendwo tiere auf dem boden aber ich glaube nicht mehr Zivilisten, oder? Jetzt würden es die Leute, die in den Autos fahren. Ach so. Ja gut. Ich darf keinen mehr. Ja, ja. Wollte gerade sagen. Wohin jetzt? Müssen wir... Müssen wir... Das nächste Dorf. Die sind doch überall, wo die roten Punkte auf der Karte sind, ne? Wo die roten Punkte sind, sind Gegner. Ja, das meine ich ja. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass... Oh. Oh, okay. Ich müsste... Scheiße. Ich müsste eigentlich aus dem Spiel raus. Jetzt meine Aufnahme fängt an zu spacken. Ich müsste mal rüberziehen. Ja, ich lande gleich. Ja. Sieht gut aus. Ben. Na, landen wir doch mal kurz. Ich glaube, wie lange nehmen wir jetzt überhaupt schnau auf? Ich glaube, eine ganze Weile. Eine halbe Stunde. Aber ich habe eine Stunde 18. Okay. Oh, ich gehe gerade raus. Wenn ich die Aufnahme einmal... Ach ja, das sollte ich vielleicht auch noch machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja. Das sollte ich vielleicht auch noch machen, Das soll ich hier nochmal drinnen. Ich finde... Aber ich bin hier... Aber ich bin hier...